man möchte vielleicht jemand müll haben und bezahlt nach was dafür ist kunst und kein müll und ich habe wieder unglück ich habe immer back mit blumenkohl als sonniger tag mir noch frischen blumenkohl braucht jodi jodi sehr gut weil wir gerade so schön für blumenkohl bekommen haben ich wollte ja keine mitgebracht wenn ich mich damit beschäftigen wollen da oben eine pastinake aber warum ist leider nur eine normale also wer kauft hast die nacken heute ich gehe wieder in die mina ich kann passen kaufen gehen du kaufst passen hab ich denn noch schnell dünger her ich habe mir noch eine fackel reingehauen hier drüben weil sie da irgendwo noch nicht setzen wollen mit licht am ende des tunnels bitte ich brauche frischen blumenkohl ein rezept das ich ausprobieren will könntest du mit diesem bringen so die du hast auch blumenkohl ja das ist bei mir auch so einmal blumenkohl mitnehmen und dann gehe ich mal ausliefern hast könntest du mir bescheid sagen dann würde ich sie nämlich auch ich kann mal suchen muss ja auch noch die dinge zu finden die ebelin wie viel kupfer haben wir denn felix ich habe gerade oben bauen ich sammeln dann noch was zusammen waren aber glaube ich genug kein stress weil dann mache ich jetzt erst mal die vogelsscheuche ich glaube da kriege ich nämlich auch geld ja fuck wie viel stein braucht ich denn bring jodianne blumenkohl was denn so als nächstes hat der shane geburtstag ist auch so ein blöder arsch wie war denn shane der in den blauen kapuzenjacke oder so der ist immer ziemlich krantig drauf so evelin schwarz barsch evelin wo bist du da bist du diesmal bist du die richtige oh du hast mir gebracht wenn ich gefragt habe vielen vielen dank mal sehen hier ist dein geld aber da muss ich dann eben sind ja im haus wie immer ich mag kurz dass wenn ich die vogelscheuche gemacht habe mache ich das auch alles so was muss ich nur wissen wo jodi ist erreiche den grund der mine habe ich jetzt als aufgabe schmelzen nutze den schmelz auf meinen kupferbaum zu schmelzen das kann ich ja später machen wer war denn jodi moment dass man nachgucken kannst du kriegst wieder einen baum fällen wenn du möchtest links neben der vorkohle schweb ja ich habe ich habe oben habe ich einen baum gepflanzt um den jodi ist die mit dem geflochten zopf und wenn du richtig bock hast lumi kannst du mit den geoden die ich in die mineral tour gehauen habe zum schmied gehen du bist hey ich bin ja immer noch machen nein komm mal nicht durch verdammt da kann man hier schon so schnell wie möglich nach unten zu kommen benni du kannst dir dein schwert und so mal holen ja könnte ich nicht so machen und deine schuhe und ich habe jodi gefunden die sind im haus links unten in der stadt oh der sieht lecker aus danke genau das habe ich gebraucht absolut perfekt für mein gelbes curry du musst mit evelyn reden du kannst es ja nicht einfach schenken doch ich habe mir meins geschenkt ich habe es direkt in den kopf gehabt und a gedruckt guck mal wie viel geld ich gemacht habe weißt du wer bei mir einen schwarz barsch will ja jemand anders das hast du aber selber vorgelesen vorhin ja ich weiß das macht es aber nicht besser und vor allen hat sie jetzt ein krissel über dem kopf gab weil sie gemeint hat und ich riecht aber furchtbar links unten in dem haus in der stadt ja in der stadt ganz links unten das haus das mit dem lenk ding vorne dran ja könnte ich hab den müll nicht durchsucht anscheinend ja schon nicht mehr drin also heute ist ich mein tag ich habe keine lust energie mehr das wurde oben nicht reingeknüppelt oder du bist zu spät schlagen gegangen das kann sein oder beides ja im moment zuschlägt verlierst du energie beim gegner kann das schwert verliert keine energie deswegen sollte man das schwert zum beispiel beim laufen auch drin haben weil wenn man aus schweiz schwarz barsch mitnehmen lauf forest lauf das einfach lang so viel geangelt hast und man das ärgert mich jetzt voll habe ich eben den falschen sprich geschickt und juli habe ich offensichtlich verpasst die ist nämlich nicht unten gewesen in ihrem haus bei mir hat es abgewaschen ich habe hier beim abwaschenden blumko gegeben ist ob ich beim abwaschen helfen würde ich bin froh wenn ich meinen eigenen abwasch schaffe wir haben springen in seite aus ja bis 11 uhr 40 wieviel uhr haben wir denn 14 uhr ja meets caroline bis voll entschieden ist voll der schmuhmacher mord in der nähe von ihrem haus die ist nämlich einfach auf dem auf dem platz in der stadt an vielen sind in vielen situationen kriegt jetzt das ist sam oder der versuchten kriegt und er kriegt jetzt einen schwarz barsch du klopst die haufen steine hat nicht schaden heute geburtstag habe ich nicht vorhin gesagt klopst die haufen steine auf und nirgends ist diese scheiß treppe und ich finde die verdammte juli nicht gegen wir noch was kaufen sagt gut oder so ja ich gebe sonst wird es wieder zu spät ich bin auch auf weg ich bin schon aber ich kann nicht mehr großartig gießen dass du bist ein problem es ist egal wir brauchen was wir nacken wir müssen ja noch goldene machen ich kann trotzdem nicht mehr gießen wie viel kann wir denn dafür das geld kaufen ja das wir du werden nicht so viel das schaffen wir nie wir müssen dann auch fünf voller wo ist renergie du kannst doch auch noch jojoja cola trinken kannst du mir mal sagen ich sollte schon ein paar mitgeben wo zum hänker ist jetzt diese blöde juli du kannst mir die nicht sinnvoll mitgeben weil du sie nur 30 wieder zu hause so du musst sehen gehen jetzt ja ich komme jetzt gesehen und und du gehst gießen oder ich lege ein teil ab in der truhe dann haben wir zusammen gießen sehen meinst du hallo shirley holmes wo ist diese verfluchte scheiß treffe ich habe an juli holmes ist bei dir das ist eigentlich eine freundin von mir das interessanter war dann alle zu mir warum warum gehst du zu ihr das ist vorgebeidheit vielleicht ist sie auch bei dir zusätzlich für passionaken außen brauchst du keine energie ich habe dir 30 in die truhe gelegt und du kannst auch dunger aus wir haben keinen dunger mehr glaube ich noch dunger meine güte immer sie sagt ja sie ist eine freundin und hier und ich doch jetzt würde mich interessieren wie sie dich gefunden hat ob das zufall ist oder ob das absicht über dich wahrscheinlich zufall ok zwei leute sagen zufall einer sagt absicht nein das war eher ihr honig dieses zufall also ich habe noch 14 und hier ist alles voll an der rechts oben nicht du hast jetzt keinen dünger mehr ich habe keinen dünger nehmen da ist doch noch dünner drin gesehen den schnelldünger den lila dünger wollte ich nicht nur das ist der normale dünger ach so na gut hier ist noch hier ist noch frei da die letzte lachsbärer muss jetzt doch mal auf youtube abonniert und da wird es nicht gekommen was sie ist einfach gesagt über dich ja schön willkommen die nicht mehr zurück zu werden hier ist es schöner das ist unfair ja nur weil du eine frau wirst ja jetzt ist die frauen kommen zu mir weil ich eine frau bin und die männer kommen zu mir weil ich eine frau bin er bringt noch zwölf die trennen die tags wir schon die vier um 19 ich habe noch 24 also du bist es auf dünner herstellen wenn das irgendwie möglich ist wir haben kein harz hatte ich nie vor kurzem erst dann hat doch noch ein baum ab bist du vielleicht ich habe kaum energie ja keine energie ihr ob es gerade kommt schon zunächst kommt dann macht du doch mal die monster und ich habe kein schwert also überhaupt kann ich habe jetzt noch 25 da wollte ich kann ich hin damit kann ich so gut wie nix machen hier ist auf jeden fall noch ein schwert drin ich bin fast kaputt ja frauen power sie bleibt bei mir es war so klar macht macht es nicht alles gut ich weiß wie sie das meint ich verstehe das schon ja ich hab's geschafft wird halt nicht mehr zum geburtstag eingeladen fertig man muss ja prioritäten sein ne nur spaß wie übel ja also du siehst sie sagt sie hat dich lieb guck mal ja hat sie auch das weiß ich deswegen was hat nur spaß hat sie auch das weißt du das ist so typisch man ich hab dich lieb ja ich weiß ja ich weiß wie eine ruhe müssen sie sagen ich habe dich auch lieb dass wir die adäquate reaktion silber säbel piraten ja ich habe ich habe sie natürlich auch nicht auch wenn ich das gerade verpeilt habe dass ich dir das beiprägen muss was kommt nie von riesenvieh hilfe was schweigt denn hier ist das was das für ein riesenraber ach ja das ist so eine eule oder so irgendwas kann aber der greift mir nicht an der fliege drüber ich glaube die fliegt auch ab und an sommer vorbei die ist gar nicht böse ich dachte erst das greift mich an weil das voll auf mich in meine richtung ging ich bin erschreckt sie hofft dass ich dich gut erziehe das wird schwierig ja leider ich kann dir da nichts versprechen ich gebe mein bestes mama zieh mich hast du jetzt eigentlich alles gegossen was da war ja ich habe sogar wieder geschlafen und wir haben keine zeit mehr für alles für holz für bäume schlachten um dünger zu kriegen um dann passt die nacken zu pflanzen ich weiß drauf ich brauche fischer kann ich denn eigentlich der gülde beitreten muss dafür sind dieses tolle haus zwergwelt neuer rekord er auf mich zu verfolgen blödes mistvieh hier unten noch gar nicht alles gegossen was laberst du hast du noch was hingetan das sind noch vier die da unten waren bis vorher noch nicht da ja wo ich da gegossen habe toll jetzt muss ich muss ich in aller eile noch genug räume hacken um du kannst ja verschlafen gehen und gut ist oder hast du noch sagt gut ja gut stück pech gehabt ich habe gesagt da kaufe nicht so viele das schaffen wir nie mit hilfe von dir hätte ich es geschafft ich habe kaum noch energie ich habe zwischen euch schon geschlafen weil ich so kaputt war okay ist der liebe angeln heute zusammen schlafen nee du siehst mit erziehung ist da nicht viel versöhnungsdreck andere leute versäumt ich habe dir gesagt kauf nicht so viel das geht sich nicht aus und was hast du gemacht 200 pastinakensamen gekauft wir müssen verdammt noch mal diesen frühen wir brauchen fünf goldene nicht 20 oder 30 ja du weißt ja nicht ob wir welche kriegen wir haben welche bekommen ohne dünger zu benutzen vorher ja toll ganz selten mal scheiße es ist schon fast wir haben kaum passen nacken angebaut bisher und haben schon eine goldene kohle in die baumaterialien reingetan das kommt beim material wenn mineralien hin das brauchen wir ohne ist ein baumaterial kohle es gehen baumaterial das beides tatsächlich da kannst du auch dann kupferohren und so kupferohren das kupferohren wollte vielleicht schlafen gehen das ist 1 40 und wir haben morgen wieder langen tag vor uns habe ich auch nicht gefunden heute ist ein scheiß tag ich kann nichts dafür dass du unorganisiert bist und mit deinem kauf waren nicht klar kommst sehr gut ich schlafe im bett ich habe keine rückenschmerzen morgen stufe 3 ich kann jetzt bienenhäuser herstellen und ihr so wenn wegen deiner streber reiht deswegen kommen die leute auf meinen kanal so wie soll ich mir aber die neue hausend verdient ist ruhig mit die neue ange könnt mich mal 2000